Na ihr kleinen Affen. Willkommen auch hier zurück zu Rogue Legacy. Auch hier soll es weiter gehen. Das heißt, hier gibt es ja nicht mehr so viel, hier gibt es nur noch den Endboss. Und vielleicht fragt ihr jetzt, ey, wenn das neue Folgen sind, warum hast du Spasti denn keine Facecam rein, wie versprochen. Ja, ich habe gedacht, hier mache ich mal noch eine Ausnahme, weil bis jetzt hier auch keine Facecam drin war und hier kommen mir halt eh nur noch die Bosskampffolgen, wie gesagt. Wieso wird das da unten nicht richtig gezeigt, die Schrift? Naja, das ist jedenfalls die Boss-Tür. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir das so noch schaffen. Natürlich, im nächsten Let's Play gibt es dann auch die Facecam. Oh, hier gibt es einen Vorraum. Wusste ich gar nicht mehr. Ja, sorry. Ich bin immer noch nicht vollkommen gesund. Mal sehen, ob ich es noch kann hier, ne? So, wir machen alles erstmal schön kaputt. Und spannen euch auf die Folter. Nein, ein Folkstück. Ach, das sind auch die... Ja, das sind die Anfangsräume auch. Erinnert ihr euch? Die erste Folge? Das sind genau die Räume. Nur, dass wir uns jetzt gestärkt haben. Oh, ich muss mal eben noch auf mein Handy gucken, wie spät das ist, weil ich hier angefangen habe. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt, äh, alle fünf Folgen brauche, um den Down zu kriegen. Und ich hoffe, der kommt hier bald neu. Wie spannend. Hopp, hopp, hopp. Fertig, der Laufgalopp. Hey. Mann! So, schön, gut gemacht. Ist das wichtig? Journal Entry 25. Today marks the rest of eternity. Never knew what treasures lay in this castle, just that I would cure the king of his illness. Who would have known, it would have been the fountain of youth, amuse with grants, one eternal life. Um, as I look down on the body of the king, I realize that it is inevitable children will always answer for their father's sins. I entered this castle, but all I have left is a rock's legacy. I can feel your anger, but no, but no, it was not I who sent your family to ruin. The moment the king said food within the castle, the royal coffers were emptied by Charon, my family, all families, had lost all hopes for a better life. And in my mind, I foresaw only desperation and poverty, ravaged the country, there was nothing for me to go back to. To, why, to my children and my children's children, here I sit, impassive, immortal and await the Sortei Johannes, the legendary knight. Why do you wish to fight me? How many sons and daughters have been lost in your patriarchal attempts revenge? It was the king who brought ruin in your country, not I. He lies to us. He said he was wanted, yet it was only the time drawn to him. He pitted his children against one another, sacrificed everything to satisfy his own selfish desires and in the end left us penniless and alone. So I took the only option left to me, I rejected king and country and choose a new family instead. Instead, instead, instead. The traitor, Johannes. Nein, Johannes! We are the king of the family here. Let's just say, to play the train. Oh, the Sauron! Weight! Hey! 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 Aua! Hey, you have to be strong, so strong to be! Junge! I'm going to die dead! Das geht doch nicht! Okay, ich brauche wohl etwas länger für diesen Gegner. Huuuuiiii! Stopp! Wow! Oh man! Meiner! Muss ich den Paladin nehmen? Nee, ich habe ja jetzt nichts verdient. Oh! Schnell, schnell dahin! Ich würde sagen, ich schneide dann jetzt auch immer bis zu dem Boss hin. Und ich habe das auch nicht so lange. Ach, jetzt bin ich immer da schon. Das ist okay. Das ist cool. Boop, 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 boop. Vielleicht sollte ich jetzt auch wirklich mehr am Zaubern arbeiten. Stimmt's, Johannes. Ja! Was habe ich denn überhaupt sehen? Oh! Bist du reingefallen? Oh! Oh! Bist du reingefallen? Oh! Bist du reingefallen? Das geht gar nicht! Ja, komm her! Ey, der hat gewartet! Das ist ja klug! Das geht doch gar nicht! Boah! Bist du reingefallen? Oh! Oh! Bist du reingefallen? Oh! Aua! Ha! Oah! Ma! Du Nudel! Oah! Hey, fall doch mal auf meine Zaubereien! Ha! 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott,ECT! Wunderschöne Fenster dorthin... Boah, jetzt ist mein Mana leer. Nein, nein nein! Oh Mann, verschiesel, mein Eselo! Boah, der ist aber ganz schön heftig. Archmage... Hokagen. Hokagen, finde ich. Wow. Komm schon, spring nochmal. Nee, nicht Milsson! Ja, jetzt! Wow, wow, wow! Yes! So! Allerdings... You think you have slain me? I have lived for over a thousand years and I will live for the thousand more. Alexander, Kidir, Pondelian! I was not the first hero to reach the fountain, but I will be the last. Also, er geht zum Jungbrunnen. Und... ... 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 Oh ne, jetzt ist es meins alle. Nee, ich hab's gewusst. Ich hab's sehr gewusst. Oh man. Dann geht die Bücher hin, verfräge ich euch.